Ja, in dem Falle möchte ich das dann doch noch mal gerne kurz ausprobieren. Ich kann dein Köpfchen nicht so richtig sehen, aber... Ja, 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 ja. Ihr liebt mich alle, ich weiß. Ich finde mich auch selber ganz cool. Einer weniger. Ah, getroffen. Geil, hallo. Der ging daneben. Ja, du bist auch ein bisschen nah dran, ich weiß. Ist noch ein bisschen doof von dir. Oh. Nein, nein. Na, aus. Aus, aus. Wow. Holy fuck, das war knapp. Ähm, wie liegt mir das da? Hallo. Tschüss. Braucht was? Da hinten laufen unsere Leute rum. Wer fliegt denn hier rum? Ach, du fliegst. Okay. Alter. Aus. Böser, Gath. Böser. Komm schon. Komm schon. So, jetzt kann ich nachladen. Sehen wir uns mal die Steuerkonsole des Geschützes an. Es lässt sich bestimmt abscheiden. Ja, das hoffe ich zumindest, dass es das mit sich machen lässt. Ich meine, ganz... Oh. Irgendwas aktualisiert. Ja, ja, ist bestimmt ganz cool. Äh, so. Darf ich das ausmachen? Jeder von uns muss die Flachgeschütze ausschalten. Aha. Hm. Hm. Super. Wollte ich eben ganz unauffällig schnell was trinken. Und dann muss ich was auswählen. Ähm. Tali, würdest du das kurz bitte... Tali, das ist der Job. Genau. Dafür wirst du bezahlt. Oder so. Okay. Was... Was mach ich? Ja, wo denn? Oh, da vorne. Aha. Holy... Fuck. Was ist das für eine Waffe? Ich hab jetzt gedacht, das muss ich aufladen oder so. Verdammt. Ja, das lief ja richtig gut. Schön. Scheiße. Okay, diese Waffe ist komisch. Darf ich nochmal? Ja, ja, ich freu mich auch. So, wir gehen mal da hin. Halleluja. Die bringt aber gefühlt gar nichts, ne? Ja, die ist reichlich. Wow. Naja, jetzt ist sie eh leer. Das ist ja hübsch. Schmeiß weg den Scheiß. Könntest du bitte... Wow. Danke. Ich bin jetzt direkt, sag. So, wo ist noch wer? Da vorne. Hi. Boah, Alter. Ja, ja. Ich geh mal erstmal zum... Ah, entdecke. Ah, und sprache, Leute. Marsch. Schild, bitte. Okay. Alter. So ist fein. Noch wer? Nein? Haben wir es? Gar nicht. Äh, okay. Halleluja, ey. Das geht aber auch jedes Mal ab hier. Okay, so. So, ein wenig Munition. Ja, bitte. Danke. Ja, also diese komische Spitfire möchte ich aber nicht nochmal haben, weil die ist irgendwie... Naja. Naja. Schießt schnell, bringt aber irgendwie nicht sehr viel, finde ich. Kann ich noch Munition? Ach, ist voll. Okay. Ja, noch gut. Dann hau ich ab. Ich geh jetzt. Ich will nicht mehr. Alles doof hier. Ich nehme meine Meinung zurück über diesen Planeten. Er ist doch nicht so cool, wie ich dachte. Ja, ja. Nein? Ach, jetzt. Wollte ich gerade sagen. So, lieber mal nicht stürmen. Kein Bock hier überall drauf zu latschen. Und da vorne rechts liegt was. Das hätte ich auch gerne. Was haben wir denn da? Schrotflinken, Schreddermod. Ja, ja. Das ist bestimmt toll. Schredder ist super. Einzelteile bergen. Oh, ich höre was. Oh, hi. Moment, ich... Ja. Zuckade. Ja, hier kannst du wohl nicht so viel. Hier wimmelt es von Gath. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen. Und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Ja, ich merke schon. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigil. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte. Hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn. Sagen Sie, Huna. Dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Wohnen Sie sanft, Dawn. Hatz was, Ranoch. Krieg ist Kacke. Auf zu diesem Turm. Krieg ist immer Kacke. Ich mag kein Krieg. Das ist immer unschön. Ach, Mann. Was ist da wieder? Ach, nee. Das darf ich aufheben. Ich dachte, da liegt schon wieder eine Mine rum. Äh. Ja. Okay. Kann ich hier irgendwo? Nein. Das ist halt so, dass könnte man da auch noch lang. Ja. Links, rechts, geradeaus. Keine Ahnung. Komm, wir gehen erstmal rechts lang. Das geht doch bestimmt nicht um den Gegenwehr, oder? Wenn hier schon Munition rumliegt. Wo muss ich hin? Da vorne. Ja, sag ich ja. Oh Gott. So, Moment. Erstmal bitte langsamer machen. So, da wäre ich schon mal Ruhe. Bam. Und fest auf euch. Kopf hoch. Aua. 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 So muss ich fallen. So lobe ich mir das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht getroffen. Oh nein. Wow. Den habe ich getroffen. Das hätte ich selber nicht vermutet. Und der Nächste. Will noch einer da ran. Shit. Da guckt die Sau sich einfach. Ja gut. Der ging jetzt eigentlich daneben. Zu meinem Geschmack. Aber okay. Fürs Spiel war da drin genug. Äh. Ja, 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 ja. Hallo. Was geht hier? Ich duck mich ja schon. Oh nein. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Ja. Moment. Wir warten eben mit dem Schild. Ja, ja, ja. Schießt. Ich habe keine Munition mehr. Oh. Darauf habe ich nicht geachtet. Äh. Kacke. Ähm. Ja. Nachladen. Ja, bitte. Ja, dann schieß es dir in die Schulter. Ist mir auch egal. Komm her. Danke. So. Hätten wir es dann. Ja. Gerne machen. Ja, ja. Alles lässt sich immer irgendwie abschalten. Hoch, hoch. Habe ich gesehen, dass ich da rupaspringen musste. So, äh, ja. Mach mal aus. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ach Gott, muss ich das jetzt wieder machen? Ja, mach mal, Tali. Das verledigen Sie, Tali. In Ordnung. Guck, dass ich jetzt zwei professionelle Techniker dabei habe. Shepard, Sie können das Westgeschütz benutzen. Was für ein Ding? Ach, das meinst du, ne? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hi. Hallo. Hallo. Aua. Alter. Ja, äh, äh, ja. In Ordnung. Hi. Hallo. Hier explodiert gerade alles. Holen wir uns das letzte. Äh. Ach. Was? Hörblicher Tür. Ach, da. Boah, Gott. Ich gehe erstmal in Deckung. Nein, nicht rüber. Ah. Oh, der war gut. Wow. Der war cool. Da kann man jetzt durchgehen. Das ist ja praktisch. Hallo. Komm mal her. So. Nächster. Ich bin ein bisschen arg angekratzt. Das mag ich nicht. Aber. Wow, 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 wow. So, das ist der Moment, wo wir uns erstmal vernünftig heilen. Können wir mal eben, was, was kannst du hier beides machen? Mach mal das dann. Ach, du Gerecksack. Alter. Ah, das ist aber nicht geil. So, Moment. Und, äh, ja, ja. Ist aber Ruhe hier. Noch wer? Ja. Ich denke nicht mal. Mist, der ging daneben. Ja, ich weiß. Meine Schilde und so. Der war schön. Der gefiel mir richtig gut. Gruppenmitgliedsschützen. Ja, äh. Ich geb ja mein Bestes, glaub ich. Sind wir, sind wir am Start hier, oder was? Oder was, was, was passiert jetzt hier? Moment, erstmal nehme ich die andere Waffe. So, nächster. Äh, diesmal machst du das. Ja, bin ich dafür. Mach mal. Danke. So, was geht? Ja, ja. Ich bin... Voll dabei. Na, hallo. Tschüss. Hallo. Nächster. Ja, ich hoffe, dass es gleich ist. Ich hab das. Weil, aua, ist das Startladen. Na, na. Ambers? Ambers? Sind wir... Ach, wir sind fertig. Oh, okay. 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 Na. Ja, das dürfte effektiv gewesen sein. Hier ist Sarkhoris. Sind Sie da? Dawn? Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ach, ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Wir treffen uns dort. Nein. Nein. Die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Ähm. Ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre bestimmt kein Spaziergang. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Ja. Herr damit. Meine Crew wird in Kürze überhand. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Hätten Sie sie. Ich versuche mal was Nettes. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spieltiers hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Doch. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Denk nicht zu lange nach. Vorfahren, begebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Hm. Oh. Schwere Geschütze. Ach, das darf ich jetzt machen? Da ist der Emperor. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen. Ach, du Kacke. Boah, Alter. Die Musik sagt aber auch alles. Hier ist er. Gehen Sie in Deckung. Boah, das ist gar nicht so leicht zu zielen hier. Haben wir es? Ne, das ist nicht, glaube ich. Das kann man schlecht erkennen. Ich, ich. Ich sehe nicht, wo der ist, der eine. Ach Gott. Gehen Sie. Oh, oh. Holy. Fuck. Das war knapp. Meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Red mich jemand. Hallo? Jetzt bin ich aber gespannt. Wir müssen gehen. Na? Wird das was? Wird das was? Nie im Leben wird das was. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ach, scheiße auch, ey. Kommander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten Recht, was meine Rückkehr angeht. Und, werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert, wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Okay. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Gäste in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Ich mag, dass wir nach und nach alle so ein bisschen kapieren, dass wir entweder alle verrecken oder sieben. Kommander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Oh, okay. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Gäste die Flotte auseinander. Oh, okay. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Gäste keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ähm, ja, ich frag das mal. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Gäste steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt zehn Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Gästeinheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Hm, ja. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor Ihnen zu schützen. Ja. Ja. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Ja. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht. Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt. Und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserlight-System entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Gath werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Gath dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Okay. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt.